Ich lerne Deutsch. Nummer 7895 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Kochen ist nicht nur eine Kunst. Es ist eine Art, Liebe und Sorgfalt in das Leben zu bringen. Kochen ist nicht nur eine Kunst. Es ist eine Art, Liebe und Sorgfalt in das Leben zu bringen. Burger und gesunde Ernährung passen nicht zusammen. Burger und gesunde Ernährung passen nicht zusammen. Das kommt mir nicht in den Mund. Was habt ihr auf dem Grill? Schmeckt es gut? Das Wochenende verbringen wir auf einem Boot. Die Frauen liegen in der Sonne. Das Wochenende verbringen wir auf einem Boot. Die Frauen liegen in der Sonne. Warum hast du keine Geduld? Alles kommt zu seiner Zeit. Warum hast du keine Geduld? Alles kommt zu seiner Zeit. Wenn mir etwas Gutes passiert, stecke ich eine Münze in mein Sparschwein. Wenn mir etwas Gutes passiert, stecke ich eine Münze in mein Sparschwein. Wenn mir etwas Gutes passiert, stecke ich eine Münze in mein Sparschwein. Der Schmied bringt das Werkstück in die gewünschte Form. Anschließend wird es abgekühlt. Der Schmied bringt das Werkstück in die gewünschte Form. Anschließend wird es abgekühlt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann wird es abgekühlt. Untertitelung des ZDF, 2020